Willkommen zurück zur Funwill Errungenschaftsjagd V2. Nach dem letzten Mal habe ich eine meiner sieben Leben verloren. War nicht ganz so gut. Irgendwie hat mich da jemand schlagartig mit einer Lohre erschlagen. Egal, das Achievement habe ich auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein RCF-Fan war. Wenn irgendwas falsch läuft oder kaputt geht, war es sowieso immer Olli. Ja, du bist schuld. Du alleine. Genau, schon allein, weil du so einen schönen Bauarbeiterhelm auf hast. Gut, dann erzähl uns doch mal bitte den Namen vom Nächsten. Das Nächste ist Auf der Spur. Auf der Spur. Sag mal, kann dieser Häslich immer seine Rübe aus meinem Gesicht nehmen? Danke. Ich kann dir gleich sagen, du wirst nicht draufkommen, da du die neue Web nicht kennst. Auf der Spur. Untertitel? Untertitel ist Büffelkloppe vorprogrammiert. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen. Aber eventuell kennt irgendeiner der Anwesenden das und kann dann mal vorlaufen. Ich gebe mal einen Anstoß. Wo gibt es denn Büffel? In der Prärie, Wilde Westen. Oder natürlich, ja, haben wir bei der Achterbahn. Ja, dann lauf da mal hin oder so dahinter und so. Der Sir Fro weiß es, dann kriegt er mal ganz kurz eben Torque Power und darf dann vorlaufen. Dann haben wir mal einen. Hallo. Hallo. Da, wo ist er denn jetzt? Jetzt will er nicht reden. Wo ist denn der Frodo? Da. Ja, alle warten auf dich. Jetzt zeig mal hier die Richtung vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch da hinten ist, aber naja. Dann lauft er doch mal hin. Das ist gar nicht so schlecht. Ich laufe da jetzt auch hin. Scheinbar weiß er das ja sowieso nicht. Und sprechen kann er scheinbar auch nicht. Wenn das die richtige Richtung ist, dann müsste links wieder dieses Schneegebiet kommen und rechts, äh... Ja, klar, da kommt die Achterbahn. So, habe ich gesagt hier rein oder habe ich gesagt hinten? Ähm, ähm... Was? Ach, ich habe gesagt hinten. Ach, hinter, ja. Hinter dem Gebiet. Ach, hinter dem... Ja, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Wie man weiß, hinter der Wüste Sahara kommt eine große Prärie und dann kommt der Regenwald. Und der Regenwald ist leider weggefallen. Und so. Erdkundekenntnisse, die ich nicht habe. Ja. Wahrscheinlich labere ich gerade den größten Bullshit von Welt, aber... Ja, weil, äh... Es erst die Wüste ist, dann die Steppe, die unterteilt ist in, äh, keine Ahnung, Dornstrauch-Savanne und keine Ahnung, was das alles war. Äh, dann irgendwann kam... Was kam denn dann noch alles? So, und jetzt siehste? Hier ist so Steppe angedeutet und so. Ah, ja, richtig. Die Indianertippis. Die kenne ich sogar noch. Dann, dann... Kannste ja vielleicht mal da auf dem Berg so nach unten gucken. Zum Beispiel von hier so da nach unten. Also ich sehe jetzt gerade da drüben Feuer. Das ist normalerweise was, wo ich auch immer hinrenne und gucken gehe erstmal. Ach, guck mal da, die Würfels. Die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo am Ding Dong ziehen und dann geht irgendwo was auf und dann kann man da den Kopf fassen. Ach, nee, da liegt ein Kopf rum. Also andere Möglichkeit... Wenn man da ziehen, dann geht da was auf und dann... Andere Möglichkeit hätte mir jetzt auch gefallen, wenn hier unten so ein Hebel dran wäre oder so. Wenn man da dran zieht, dann geht man da auf. Du weißt, was hier hören, da die Hebel sind so. Äh, äh, äh. Ja, aber da geht auch nichts auf. Äh. Wieso kann ich die eigentlich bedienen? Ist das normal, dass man die bedienen kann? Weiß ich nicht. Ja, scheinbar schon. Gut, damit haben wir auch das nächste. Das war relativ gut. Eigentlich ja auch einfach gesehen, also im Vergleich zu dem, zu dem, äh, vorherigen. Äh, nee, dem davor. Also dem zweiten, dem 27, na, keine Ahnung. Das mit dem hoch oben an dem, an dem Drachen. Da hätte ich auf jeden Fall nie gesucht, glaube ich. Weil ich schon nach der dritten Biegung keinen Bock mehr auf diesen scheiß Berg gehabt hätte. Na ja, einfach war's und, ähm, ja, die Sonne scheint schön. Ich mach mal ganz kurz eben hier was Helles. Muss ich so, oh, Mist, jetzt weiß ich, was ich vergessen hab. Screenshots, die machen sollen. Hm. Also muss ich gleich nochmal neu hoch zum Drachen. Wie toll. Da freu ich mich ja jetzt schon drauf. Na gut, haben wir geschafft. Wir sehen uns wieder am Eventplatz, wenn es zur nächsten Folge geht, die morgen schon wieder da sein wird. Also bis dennne.